Ich heiße Friederike und ich mache einen Freiwilligendienst auf dem Marienhof. Bei Jump Sportmission. In der Flüchtlingsarbeit. Im Schloss Unteröwesheim. Ich habe mich für das FSJ entschieden, weil... Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte keinen Plan, was ich irgendwie studieren soll. Dann habe ich im Internet gesucht, welche Stelle da passt. Was mich auch persönlich und in meinem Glauben weiterbringt. Und so habe ich mich dann hier beworben. Von Wort genommen. Ja, am besten gefallen hat mir in dem Jahr... Einfach mit Menschen zu arbeiten. Dass es sehr vielseitig ist. Der Umgang mit verschiedenen Menschen und deren Kulturen. Und mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und ihnen von Jesus zu erzählen. Die Gemeinschaft auf dem Marienhof. Ich habe ganz, ganz viel gelernt in meinem Jahr. Intensiv Zeit mit Gott zu verbringen. Mich zu organisieren. Mit verschiedenen Menschen in einer WG zusammenzuleben. Ich habe viel über meinen Glauben gelernt. Ich habe viel über mich selber gelernt. Ich nehme aus dem Jahr mit... Dass es wichtig ist, Zeiten für sich selber zu nehmen. Aus den Bibelarbeiten, die wir gemacht haben, habe ich ziemlich viel mitgenommen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die gute Laune. Dass Gemeinschaft eine ganz tolle Sache ist, dass man unglaublich davon profitieren kann. bis jetzt war bei mir. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.